Hallo Leute, es geht weiter. Das ist genau passiert, als ich ein bisschen nach rechts gegangen bin. Danke, dass du gewartet hast, du saugst. Bitte komm hier rüber. Und wo ist das Grab? Hier liegt ihre Mutter Lena begraben. Oh, die ist deprimiert. Was? Ich dachte, ich erzähle dir endlich, warum sie wirklich ihre Eltern verloren hat. Es ist bereits fünf Jahre her, seit Farnas Krankheit zum ersten Mal zuschlug. Ich hörte von einer Heilmedizin, von einer Wunderblume, von der man sagt, dass sie jede Krankheit heilen kann. Es ging los, um nach dieser Blume zu suchen. Das kostete ihnen sein Leben. Der Grabstein neben diesem ist der meines Sohnes Biran. Nach dem Unglück wurden seine Überreste in die Stadt gebracht. Ah, das ist echt traurig. Ihr erzählt Stefana, dass er einfach verschwunden war. Aber stimmt nicht. Er hat sein Leben gelassen, um seine Tochter zu retten. Ich habe ihr das nie erzählt, wenn sie wüsste. Nein. Guckt euch mal unseren Charakter mal an. Hm. Nein. Farnas, du solltest doch zu Hause bleiben. Warum bist du hier hergekommen? Warum? Warum, Großmutter? Hust, hust. Farnas, sei vorsichtig. Die Musik passt echt jetzt nicht im Hintergrund. Tut mir wirklich leid, Roxas. Ich muss Farnas nach Hause bringen. Bitte komm später wieder. Okay. Okay. Das ist schon etwas hart, wenn die Eltern so sterben. Das ist echt hart. Verdammt. Die Farnas tut mir echt leid. Aber sie ist die Einzige, die uns liebt. Sie will das mit Roxas tun. Vielleicht auch nicht. Gucken wir das mal an. Ja, die sagen was. Eigentlich hatte ich vor, Farnas niemals zu erzählen, was passiert ist. Nun hat sie es auf die falsche Weise erfahren. Das hast du jetzt schlimmer gemacht. Das arme Kind wirft sich den Tod ihrer Eltern vor. Tu mir einen Gefallen und versuche mir, mit ihr zu reden. Natürlich. Natürlich. Ich habe es nie gewusst. Von dir erfährt. Ich war sehr gut auf und arbeitete bis spät in die Nacht für sie. Schließlich wurde es zu viel für sie und sie verstarb bald. Ja, es ist meine Schuld, dass Farnas ganz allein ist. Vielleicht ist es genug, aber solange ich am Leben bin, schwöre ich für immer an Farnas Seite zu bleiben. Ich möchte nur Farnas nicht nur auch noch verlieren. Hör mal, lass dir bloß nicht einfallen in den Wald zu gehen, um diese Blume wieder zu finden. Der Waldhüter könnte etwas darüber wissen. Aber ich werde es nicht ertragen, dich auch zu verlieren, Roxas. Was Farnas angeht, es gibt nichts, was sie noch tun könnte. Ähm, okay. War das jetzt eine Aufforderung, jetzt in die Wald zu gehen, oder was jetzt? Eine Waldblume ist, aber keiner weiß, wo man diese Blume finden kann. Vielleicht weiß der Waldhüter etwas darüber. Der Waldhüter, wer ist der Waldhüter? Äh, ne, Waldhüter. Warte, der Waldhüter. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Hm. Okay. Neue Sidequest. Aber scheiß Werbung, warum muss das jedes Mal kommen, wenn ich gerade Let's Plays mache? Fick dich, Werbung. Warte, der Waldhüter war doch dieser komische... Ja, das ist doch dieser komische Fettsack. Okay, wir sehen uns bei diesem Fettsack. Also bis gleich. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist der Waldhüter, den sprechen wir gleich mal an. Mensch, was willst du denn von mir? Reden. Ja. Er ist ja der Waldhüter. Ja, Mensch. Was brauchst du von Ruth, Ruth? Frage nach der Wunderblume. Woher weißt du darüber? Kein Mensch sollte davon wissen. Ich kann dir nichts über die Blume erzählen. Ruth, Ruths Entschluss steht fest. Nein, du darfst es nicht. Ach so. Hm. Vor langer Zeit kam ein Menschenmann vorbei. Er sagte, er bräuchte die Blume, um seine kränkliche Tochter zu retten. Aber die Wunderblume ist ein Schatz des Waldes und nicht für Menschen bestimmt. Ruth schickte ihn also weg. Aber der Mann war so verzweifelt. Er sagte zu Ruth, dass er alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Ruth konnte in seinen Augen sehen, dass er die Wahrheit sprach. Ruth sagte ihm also, wo er sie tief in die Welt erfinden konnte. Der Mann ging sofort los. Ruth folgte ihm, folgte ihn aber bald aus den Augen. Ruth suchte in der Nähe der Blume, aber der Mann war nirgend zu sehen. Dann fand Ruth ihn, wie er vor der Blume lag. Verdammt. Es war etwas hart, ihn schlimm zugerichtet. Ruth brachte seinen Körper zusammen mit seinen Halbsinnigkeiten in die Stadt. Dann fand Ruth raus, dass er von einem Waldmonds angegriffen worden war. Dem Fabelwesen. Dort ist es gefährlich, deshalb erzählt Ruth keine Seele davon. Aber du hast das Fabelwesen besiegt. Dort wirst du die Blume finden. Ruth glaubt an dich. Deshalb erzählt er dir das. Geh und erfülle den Wunsch dieses Mannes. Aber es darf große Waldkräfte, um die Blume wachsen zu lassen. Ähm, okay. Hm, ja. Okay. Ruth kennt den Maka also. Ähm, reden. Ich hab gehört, ihn das schläft. Mängel. Ach. Du willst immer noch das gleiche gehen. Immer noch das gleiche Scheiß. Okay, wir sehen uns bei diesem komischen Waldblumen-Dings. Also bis gleich. Okay, 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 okay. Aha, gefunden. Das ist, wo ich war. Aber was ist das für ein seltsames Gefühl? Okay, ist da irgendwas Böses drin? Oh nein. Wie? Was ist das für ein Monster? Wie kann das sein? Wir haben es bereits busy gerichtet. Ist das neu? Fox, jetzt pass auf. Ach, fick dich. Mutiertes Fabelwesen. Jetzt nochmal. Fick dich doch, du scheiß Bastard von Monster. Oh scheiße, ich hab ein Zeitlimit. Waffe, 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 Waffe. Schwert. Schwert, Schwert, Schwert. Nix, dieses Schwert. Und so. Jetzt muss ich auch die Charaktere von den Monstern besiegen. Ach, nicht die... Oh, fick dich ins Knie, du... Boah, fick dich. Monster. Boss. Okay, das ist schon gut genug. Okay, jetzt kann ich ihn töten. So. Verdammt, das macht... So. So, 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 so. Das macht viel, viel mehr Schaden. Super. So. So, okay, geschafft. Das ging mal schnell. Und ich hatte noch genügend Zeit. Ähm. Neue Re... War es kein Rekord? Willst du mich ja verarschen, oder was? Du hast es geschafft. Hm, ich habe eine Idee. Boxe, sehen wir uns einmal seine Höhle an. Okay, das war auch meine Idee. Und, ist da was? Hm, genau so, wie ich dachte. Nicht eine Blume in Sicht. Die Wunderblume nach der Farnas Vater gesucht hat, muss hier gewesen sein. Flair hat das Monster sie zerstört. Verdammt! Oh, was werden wir tun, Roxas? Wie? Was ist das? Es ist ein Brief von Farnas Vater. Okay. Er hat es soweit geschafft und die Wunderblume gefunden. Dann wurde er von Monstern angegriffen und hat diese Nachricht geschrieben. Schau mal, er hat ein Blütenblatt von der Blume in den Zettel aufgebaut. Belass das mir. Hm. Oh, wir haben die Blume. Das ist die Wunderblume, nach der Herr Biron gesucht hat. Sie ist so schön. Jetzt können wir Farnas damit retten. Super. Das ist doch meine Idee. Damn. Meine Blume. Das ist super, super, super. Ich kann jetzt Farnas eigentlich helfen. Mit ihrer scheißkrankheit, die sie hat. Verdammt. Und warum kann das mutierte Farblewesen eigentlich wieder? Egal. Ich habe es getötet. Also richtig getötet. Es gibt kein Zeug mehr für diesen Bastard. Okay. Warte, soll ich jetzt wieder zur Ruhrtruhrt gehen? Glaub schon. Oder? Warte, wie war der Weg jetzt nochmal? Keine Ahnung mehr. Verdammt. Ich glaube hier. Okay, wir sind jetzt bei Ruhrtruhrt. Okay, ich bin bei Ruhrtruhrt. Wir reden mal an. Reden. Ähm, okay. Dann zeige ich ihnen mal die Blume. Zeigen. Blumen. Attribute. Wo ist jetzt die verdammte Blume? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist denn die Blume? Oh, komm schon. Das ist das Mächtige. Das Mächtige. Was? Okay. Wir sehen uns in der Stadt wieder. Also bis gleich. Hallo Leute. Wie ihr seht, ich bin mal Kamui, um die Blume zu bedeuten. Hoffnungslöse. Sie bedeutet gute Neuigkeiten. Und was für eine hübsche. Ähm, ja. Nein. Ja, ich weiß. Okay. Jetzt gehen wir da mit rein. Und zeigen ihr die Blume. Also, wenn das nicht Roxas ist. Es tut mir leid, aber Fahners Zustand hat sich zum schlechteren verändert. Scheiße. Diesmal kommt sie vielleicht nicht durch. Was? Warte, ich hab die Blume. Roxas, du bist wiedergekommen. Danke. Entschuldige, mir geht es ziemlich schlecht. Vielleicht wird es nicht mehr wieder... Vielleicht wird es nicht wieder besser. Du bist so gut, Roxas. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Du hast mir viel über das Leben draußen erzählt und meine kleine Wettze vergrößert. Ich könnte nicht glücklicher sein. Roxas wird es nicht akzeptieren. Fahner, bist du wach? Hier, das ist für dich. Ich lege es einfach hier hin. Danke, Großmutter. Jetzt auch immer steht sie. Es ist ein Brief von diesen weißen Kindern. Gott sei Dank, es scheint ihnen besser zu gehen. Hey, ich wünschte mir, mir ging es auch besser. Alle waren so gut zu mir. Ich kann mich wirklich nicht glücklich schätzen. Du kannst jetzt Fahner es entfernen. Umgebe ihn mit Hoff und um krank zu entfernen. Okay, wartet kurz. Okay, ich habe nur kurze Vorbereitungen gemacht. Also, ich habe die ganzen Hoffnungen, die er ja sagte, ich soll sie sammeln. Okay, ähm, verdammt, ich kann sie jetzt retten. Das muss ich jetzt unbedingt jetzt machen. Komm schon. So. Ey, das ist jetzt ein Scherz, oder? Ach. Okay, so. So. Warte, die Blume hatte ich noch. Wartet mal kurz. Okay, ich habe das jetzt von der Blume geholt. Jetzt muss es klappen. Okay, es hat geklappt. Okay, jetzt ist sie endlich erlöst von ihrer Krankheit. Wie? Roxas, was ist mit mir geschehen? Es geht mir plötzlich so viel besser. Ich verstehe, du hast mich geheilt. Ich, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Kein Problem. Das waren meine expertischen Fähigkeiten. Ich hatte meinen Vater zuerst missverstanden. Ich warf ihnen vor, dass er verschwand und alles meiner Mutter überließ. Aber jetzt weiß ich es besser. Mein Vater war ein guter Mensch. Es bedarf mehr als das, um die Bande einer Familie zu brechen. Du hast mir die Wahrheit gezeigt. Herzlichen Dank. Ich werde um meiner Mutter und meines Vaters Willen weiterleben. Schließlich hast du mir eine völlig neue Zukunft gegeben. Herzlichen Dank, Roxas. Ähm, okay, war das jetzt alles? Sie nehmen mich... Okay, das war alles. Okay, wir haben sie gerettet. So... 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 Okay. Und was sagst du, Großmutter? Ich habe deiner Tochter geholfen. Ähm, ja. Okay, ich muss jetzt noch diese komische alten Zurfen finden. Das mache ich doch ganz schnell mal. Die sind bestimmt irgendwo in der Nähe hier. Diese Obdachlosen, die haben sowieso kein Zuhause ohne den Königreich. Also ohne das Schloss, meine ich. Wo sind die jetzt? Vielleicht sind die hier? Nein, hier ist keiner. Aber wo ist die dritte Zurfe, verdammt nochmal? Nö, 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 nö. Ähm. Achso. Warte, ist sie... Ist sie vielleicht da drinnen? Kann es sein? Reden. Ähm, anscheinend wohl nicht. Ich gehe mal schnell raus und dann bende ich meinen Part. Die dritte Zurfe suche ich dann im nächsten Part dann. Oder schaffe ich das noch? Bis zum Königreich. Vielleicht ist sie ja da, in der Nähe von denen. Aber eigentlich haben die Fahner geholfen. Das ist doch mal klasse. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Schneller, schneller, schneller. Hyperspeed. Okay. Und... Ach, ich muss Schuss. And morgens. Er Anders. Und daragorn.